So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraft mit Blaze. Servus. Da ist er, da kommt er raus, aus unserem Schloss, hatten gerade besichtigt. Das Dach ist ja mittlerweile drauf, dank Lykaner und dank, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Tut mir leid, jetzt fällt mir der Name nicht ein, okay. Steht in der Ruhmeshalle. Victor, genau. Und wir machen uns jetzt an die Inneneinrichtung und ans Verschöner. Was mir gerade noch einfällt hier, brauchen wir noch ein paar Steine, gell, weil ich wollte doch hier... Ach, dein komischer... Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass das Außen ein bisschen netter aussieht. Ich weiß aber, ich glaube, wir haben keine Steine, merkt ihr, soweit ich weiß. Nee. So, dann nochmal die Ruhmeshalle, wo die Aufnahme abgekackt ist. Und ich töte jetzt die Kühe, ich schwör's dir. Ja. Die können wir jetzt. Stirb! Die Schweine können hierbleiben, oder? Die sind relativ still. Ja, ich glaube schon. Jetzt haben wir auch ein bisschen Fleisch und Leder. Ah, da sind noch 32 Steine, gut. Da sind auch noch Steine. Da ist Kohle drin, ohne Ende. Ähm, da brennen wir gerade mal ein bisschen Pflastersteine drin. Leder, 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 Leder. Oh, das sind viel mehr als Hundreich. So. Da draußen ist noch dieses Stall, weißt du, wo man das sieht. Ach, stimmt, du hast recht. Ah, natürlich. Auf jeden Fall, Blaze ist wieder da. Es gibt wieder jetzt einige Folgen mit Blaze. Wunderbar, Wuhu, Blaze ist da. Hey. Hey. Ähm, ja. Genau, ähm, ja. Sag ich auch immer. Oh, direkt mal wieder gefehlt. Und nochmal gefehlt, runtergefallen. Ach, verdammt. So. Oh nein, schon wieder gefehlt. Und der Stein macht einen Abflug. Zack, zack. Oh. Schon unten angelangt. Hm. Wir machen mir gerade mal so. Dann baue ich mich gerade mal hier außen rum. So. Und dann bauen wir es wieder ab. Und dann hoffe ich nur, dass ich den Fall nach unten überlebe. Blaze überlebe ich den Fall nach unten? Nein, ich nicht. Ich schätze auch nicht. Stirb. Ah, überlebt. Gute Sache. Ja, so ist es fein. So gefällt mir das. Ich bin übrigens immer noch erkältet. Falls ihr Spore gesehen habt von der neuen Aufnahme. Das ist ein paar Stunden jetzt danach. Mir geht es immer noch ein wenig dreckig. Also nicht wundern, wenn mal meine Stimme weg ist. Oh, hier fehlt ein Stück Dach. Müssten wir auch dann gleich mal machen. Fehlt ein Stück Dach. Da fehlt ein Stück Dach, ja. So eine... Oh, hier fehlt sogar zweimal. Diese Platten, die Holzplatten hier an der Ecke, weißt du? Da oben. Ja. Ich mache jetzt nicht für jeden Huster direkt wieder aus, weil das wird heute noch oft vorkommen, dass ich hier rumhuste. Das macht mir hier ein bisschen die Landwirtschaft ein bisschen schöner, gell? Weil da waren überall so Löcher drin. Ja. Das war ein Creeper, glaube ich, in den letzten Aufnahmen. Ich habe es nicht gesehen. Ach, Quatsch, ich habe doch Holz einsteckt. Und oben ist doch... Und wieder hoch. Oh, ich bin fast tot. Ich habe doch ein Viertelherz. Oder ein Halbes. Ich weiß nicht, was das jetzt genau ist. So. Meine Toastbrots sind wieder voll. Zack. Wo ist denn der Ausgang hin? Ach, genau. Wir haben ja hier den Ausgang gemacht. Oder ich. Dann muss da noch ein Stein drauf. Die Platte. Und die Platte. Jetzt ist das Dach offiziell beendet. Ich guck nochmal nach Fehlern, aber ich glaub, hier sind keine mehr Ich weiß nicht so, seit wann leuchtet es eigentlich durch das Dach durch, wenn innen drin Licht ist? Keine Ahnung, hab ich auch vorhin schon gesehen Ich weiß auch gar nicht, was noch in dem Dach hin soll Hm Sowieso in den ganzen Räumen müssen wir noch was überlegen, so Ja, wir müssen erst in den Räumen machen Was sieht aus? Ja, hier jetzt hier Von Arsch aus Von Arsch, aber volle Kanne von Arsch, gell Ich weiß bis heute noch nicht, was das sein soll Einfach Verzierung 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 nennst du das? Sieht besser aus, als wär's hohl, also leer Ja Ich find's in Ordnung Sieht aus wie so ne Was? Ja Sieht aus wie so ne Zahnstange oder irgend sowas, keine Ahnung Ne Zahnstange? Ja Ach, ne Zahnspange Stange Stange? Zahnstange? Was ist denn ne Zahnstange? Ach, vom Auto ne Lenkung Ach, ach, genau, ich weiß, was du meinst Damit man generell lenken kann Ja Hier brauchen wir noch so Eisengitter oder so'n Scheiß Eisengitter oder Holzzaun? Oder Holzzaun Okay Ach, keine Ahnung Also eins von beiden Wir haben beides genug da Mach Holz oder so Ja, jo Dann mach ich Holz Dann kannst du auch direkt wieder hochgehen Bin zwar schon wieder runtergelaufen So Dann müssen wir zu Erst ein paar Stäbchen machen So Das sollte aber auch reichen Oder acht Stück Acht Zaun? Ich weiß es grad nicht genau Zeig Genau acht Ha! Mistperfect, Alter Mist Ja, ich bin doch Mist Weißt du doch schon immer Ja Allein die Frage, ja Also Blast Wo machen wir denn jetzt die Mauern hin? Also Durchgänge Glaub ich erst mal Steine holen Ich hab Steine, hier Genug Da drüber kann man sich jetzt streiten, ne Ob das genug wird Ach Hier Dir mal Nee 32 Und nochmal 32 So Ich hab jetzt 37 einstecken Passt schon irgendwie Oh, hier fehlt noch Glas Fällt mir grad auf, gell Ah, ich hab ein Glas einstecken Ach, wie schön Dahin, ja Jo Ich Warte, du hast das direkt So dahin gemacht Hier auch dasselbe, ja Hier Aber das geht nicht wegen der Tür hier Gut, das ist ja nicht so schlimm Dann machen wir doch Raumaufteilung Ist sowieso nicht 100% immer gleich Nö, richtig Ja Geht das auf mit dem Fenster? Ja Haar genau Haar genau Hier drin ist dunkel So So So, ich mach jetzt auch mal wieder Meine lieben Freunde Die Grave anstellt Die Helligkeit ein bisschen weiter runter Damit die Nacht wieder wie Nacht aussieht So Ja Das ist besser Weil Es war mir in der letzten Zeit ein bisschen zu hell nachts Egal ob Nacht oder Tag Es war immer hell Ach Mist Ich brauch hier draußen auch noch Zaun Naja mach ich gleich Erstmal Raumaufteilung Ich weiß nicht Würdest du hier auch noch eine Mauer reinziehen? Oder ist das hier offen? Ne, hier Hier vielleicht einer Jo Als Flur Ja, kann man machen Mhm Mhm Aber Hast du noch Gas einstecken? Glas hab ich Ich glaub Wir müssen dann oben auch noch machen, ja Passt ja Genau Soll ich wieder zumachen, ja Oder ihn offen lassen Um zu sehen, wo es Ja komm, ich geh grad mal hoch Und zieht er die Mauer Oh nein, Creeper Nein Der ist reingekommen Du hässliches Sauviele Komm, die scheiß Fische Dann immer rein Ähm Per offene Tür Nein, ich häng fest Glück gehabt Nein, 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 nein Oh, Glück gehabt Hab ich ihn mitgenommen Sind halt im Creeper-Wald, ne So, ähm Ich Da ist ja ein Skelett Hier Bäm Da Da Ja Gut Hallo Hallo Das geht hier oben aber nicht so ganz auf Warum? Hm Ja Ah Ja, ich hätte sagen müssen Eins weiter links Geht die Mauer entlang Hab's ja doch schon aufgemacht Ja, da geht aber nicht die Mauer entlang Sondern eins weiter links davon Ja So Ja Steht So Okay Okay, wir sind die Steine ausgegangen Bei mir auch Ich hab keine mehr Dann Muss ich wohl Oder übel Neue Steine holen Steine holen Warum stimmt denn da gerade ein Zombie? Weil es hell wird Oh mein Gott Das Ja, was macht ein Creeper Wie kommt der? Ach, die Tür hier ist offen Mensch, ich hab ein Schwert Zu spät Nein Aber sowas von Müssen wir halt die Mauer wieder reinziehen später Haben wir nicht noch Steine übrig? Ne Doch Hier sind noch ein paar Steine übrig So Ja Ein paar Steine hab ich schon wieder In dem Sinne Ja Die Musik kommt mir gerade so ein klein wenig laut vor Steht aber nur auf 30% Aber ich höre mein eigenes Wort nicht mehr So eine schöne Musik Ah, traumhaft Stabil Lets Rewind 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 Rewind